Jo, jetzt zurück zu Tomb Raider. Wir wollen ja eigentlich uns da auf diesen Angriff vorbereiten. Ja komm, lass uns mal ausprobieren. Quests gibt es ja noch genug. Upsi, da lang. Oder? Ja. Und jetzt irgendwie, ach, das ist der Quest. Hier oben oder was? Der kann es doch nicht sein, ne. Hinter mir. Junge, was ist denn los? Wie geht's? Oh. Nicht mehr verwendbar, bis Story-Kampagne abgeschlossen ist. Bereits für immer meinetwegen. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Edsley? Es gibt verschiedene Optionen. Utsu? Kukulkarns Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut. Dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Okay. Okay. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonne unseres nicht mehr unser Zeichen. Wir behalten die Sonne und du dann kannst du es schaffen. Warum flüstern die so? Oh Gott. Okay. Erstmal kurz runter. Weil ich glaube, ich habe alles vercheckt. Ich glaube, ich bin nicht so gut equipped. Ja, alles klar. Es ist Dungarus. So, bist du in der Blubberblase? Ja. Alter. Schwimm. So, das da hinten ist auch noch Sauerstoff, ne? Komm. Okay. Ah, nicht gut, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Da oben lang, hier. Alter. 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 Sauber. Komm, schwimm. Okay, das ist es, oder? Erstmal Haare sauber. Gut. Erstmal Haare richten. Unglaublich. Jonah, ich habe es geschafft. Ich sehe die Brücke. Tschüss. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unurato hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Wobei. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Gut. Team Leader mit dem Fahrzeug beurteilen. Cardinal Chu, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Sturmtolücke ist ein potenzieller feindlicher Wettbewerb. Alter. So, rüber. Mehr Helikopter. Jaxiel. Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Ende den Kurs auf 1.05. Ende den Kurs auf 1.05. Gehe ich den Todeszon ein und halte den Pfeil. Fortschritt in allen Sekunden, aber wir haben große Verluste. Jaxiel. Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Ende den Kurs auf 1.05. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleib bei den Kameraden. Überlampen der Schussfelder. Okay. Wo können wir auch anschließen? Dort drüben. Da komme ich hin. Wenn das Kurofeuer qualmt, ich suche deinen Spiegel. Das sieht nicht gesund aus. Ihr seid das Kurofeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Im Kampf gegen Kogulka. der Kameraden geht mit der Schuss. Hö fram. Rieschen. Jawohl. Zauber! Schaam-i-shell! Schaam-i-shell! Verdeck-i-shell! Moltomenatka! 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 Oh-oh! Jetzt wird's spannend. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstand. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yanks hier. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken! Schaltet sie aus! Ja, und jetzt raus, oder? Sie sind überall! Wir brauchen Verstärkung! Jetzt! Schicke Verstärkung zu euch! Scheiße! Schüße! Ja! 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 Vierzehnter Team! Hoher Rad in Position! Halten die Stellung! Wiederhole! Hoher Rad ist sicher! Ach du Scheiße! Sie ist Commander, Bauch! Der gesamte hohe Rad ist hier und unsere Sieg persönlich zu begleiten! Wir werfen die Stellung um jeden Preis halten! Oh, das ist die... Ja! Wir haben den 3 im Anfrau! Oh, oh, oh! Alter! Ja, guck dir das an. Ciao. Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Meitomenaka! Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Die gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss mein Titi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Bleiben sie nicht bis zum Ende. Angele! No! 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 Hier ist Commander Rook. Alle verbleibenden Einheiten verbreiten. Wir sollen jetzt von uns unterlegen. Alle Einheiten verbreiten. Meine Herren, lasst deinem Einheit nicht zu. Ich weiß auch, dass du das nicht machst, hast du abgeschlossen. Ihr streckt hoch, nach Abschluss des Rituals. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Jetzt endet es. Wer war das? Hast du schon Aussicht? Da will ich sie. Dominguez, dieser Settivitale-Akademiker, ist weg. Und bald beherrscht Trinity-Aless. Nehmen Sie den Betrieb, um auf die Karte zu starten. Hemme den Greifler. Soll ich es nicht herkommen? In der Falle. Unschuldigung. In der Falle vielleicht noch nicht. Die Karte ist nicht weg. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich kann das einfach nicht weg. Das war's für heute. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Ach, komm. Ganz easy raufklemmen. Ganz easy raufklemmen. Commander Roof, wir brauchen Befehle. Doch, ist aufgrund. Was? Wollen wir dann das sagen? Rückzug! Alle einheizen! Rückzug! Was ist mit der Stellung? Es geht keine Sterbe! Alles ist tot! Mehr noch, kein Zeug verschwinden! Oh! Oh, oh. Oh, oh. Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen! Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Die Macht von Kukulkan! Erdichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen! Lass die Sonne verdunkeln, werke die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen! Findet sie! Sie darf sich nicht einmischen! Oh! Lass die Sonne verdunkeln! Lass die Sonne verdunkeln! Lass die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Kukulkan! Schütze uns! Ski! Kukulkan! Schütze uns! Schütze uns! Kukulkan! Lass die Sonne verdunkeln! oh, den kann ich nicht ärgern ich krieg immer noch nicht kaputt schütze uns, leid für uns, hilf uns, formen und kontaktung, stärke und aktive ah, alle kaputt machen, ok, verstehe dass den Schatten vergeht Ich zähl mich auf! Ich erschaffe die Welt neu! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hassel! Mein ganzes Leben! Dein Gegner ist ein Gott! Ich habe dich am Leben gelassen, aber bis jetzt! Ich habe dich am Leben gelassen! 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 Ich beschütze Paititi! Nicht du! Ich habe dich am Leben gelassen! Ich habe dich am Leben gelassen! Ich spiele dich am Leben! Oh, das ist ja hier! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Greif mich nur an! Anwalt mich nur noch stärker! Ich würde es doch erschießen! Es basta! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh! 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 Das war's für heute. Das ist ein Wachstum. 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 Oh, shit! Ah, das war's, was du? Get in there! Oh Gott! Es tut mir leid. Schütze bei Diti. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins? Eins? Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie anreicht. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was, nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzsehen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent! Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Mann, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott umgekehrt werden. Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnwinstern nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, mein Diti. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakiaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komm ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uccio. Wenn er es will. Also, Jonah. Lara hat gesagt, du hast eine Freundin. Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempest. Ja, der wird wunderschön. Tja, mal wieder cool. Coole Story, coole Action, coole Graphics, cooles alles. Ich werde noch ein bisschen was zusammensammeln. Und das vielleicht auch noch irgendwie schneiden, mal gucken. Aber das war's für heute erstmal. Ziemlich cool. Also, mehr dann vielleicht beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao. Ja. Wie geht es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020